Hi und wieder herzlich willkommen hier auf der Ramtruck Ranch. Heute haben wir eine kleine Einladung auszusprechen, denn wir verlassen für ganz kurzen Moment mal unsere schönen Ranch und sind außer Haus unterwegs. Wir haben am Samstag, den 19. November hier direkt in Hilden, das ist von unserem Autohaus so 20 Minuten weit weg, ein Städtchen weiter. Beim lieben Alex, dem gehört die Food Force One, das ist ein super cooles Burger, Restaurant, Diner und der hat sehr viel Platz drumherum und macht da ein sehr großes Ramtreffen und da sind wir natürlich auch mit unseren Autos vertreten. Wir bringen sechs Autos mit, unseren großen Zubehöranhänger, wo ihr mal ein paar Distanzscheiben ausrufen, Anhängerkupplungen und sonstige Kleinigkeiten, die uns einfallen, die ihr direkt mitnehmen könnt. Und ja, da werden wir sehr stark vertreten sein und so ein Ramtreffen macht natürlich nur Spaß, wenn viele Leute mit ihrem Ram kommen. Und ja, es gibt sehr viel leckeres Essen da, also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Food Force One in Hilden, die Adresse packen wir euch noch rein und Beginn der Veranstaltung ist 14 Uhr und dann machen wir uns noch mal einen schönen Tag, quatschen alle mal ein bisschen, wir sind mit einigen Leuten da, ich bin auch da, dann werden wir uns alle mal kennen und dann sage ich schon mal bis zum 19. Das nächste Event, was wir zudem auch noch haben, ist die Essen-Motorshow. Die findet vom 2. bis 11. Dezember in Essen statt, deswegen ja Essen-Motorshow. Und da sind wir auch mit einem Fahrzeug vertreten. Da werden wir unseren neuesten TRX-Umbau präsentieren. Ich bin an so einem Sandblast-Umbau dran und den werden wir da präsentieren auf einem Messestand in Halle Nummer 6. Da hauen wir auch die Details jetzt gleich noch mal eben mit rein. Also vom 2. bis zum 11. Dezember in Essen auf der Essen-Motorshow. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.